Wer hat jetzt sein Kontroller aus? Ich glaube, das bleibt jetzt seine ganze Zeit. E-XCM steckt doch auch noch, ne, ist weg. Ich filme schon, ne, selbst bei Elgol, ne. Ich bin ein Angelegen. 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 Die Kon твор buttont schon ein Angelegen. Ich würde sagen, von Regen in die Traufe. Vielen Dank. 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 Oh, Vielen Dank. 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 Oh, Vielen Dank. 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 Vielen Dank.